Wir bedanken uns auch für alle Hilfsorganisationen, die bereit sind, den Charity Walk übergreifend und kulturell übergreifend zu organisieren. Es ist eine grosse Freude, das Islamische ist so, dass ein Muslim nicht nur den Dienst gegenüber Gott erfüllen muss, sondern den Glauben beinhaltet auch den Dienst gegenüber der Menschheit und das ist übergreifend zu Rassen, Kultur oder Religion. Das heisst, wir müssen unsere gute Taten auch gegenüber jedem Menschen verdrängen. Und den Zweck beinhaltet auch mit dem Charity Walk, jedem Menschen zu helfen, unabhängig von Farben, Religion oder Woherkunft, weil sie das Geld auch dort herkommt. Und meine Bitte dafür natürlich an alle, an alle Leute, auch über 100% übergehen können, weitergehen können, für einen großen Zweck für die Menschheit. Wir haben geglaubt auch, dass für euch Kraft geht, mit zu laufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018